Hallo, das Video, was ihr gleich sehen werdet, ist überhaupt nicht gut geschnitten und ich hab auch nicht die Musik irgendwie ab und zu ausgeblendet oder rangezoomt oder so, weil ich schon hatte das Video gerade im Auto, hab alle Dateien vergessen. Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen hier heute zu einem neuen Video. Wenn ihr auf den Dach auch guckt, seht ihr schon, es ist Freitag, das heißt, heute kommt wieder mal Minecraft und ich habe etwas ganz Besonderes geschafft. Ihr seht es hier schon eingeblendet, ich befinde mich auf einem Server und kann hier rumlaufen. Wir hatten ja die letzten Male immer in irgendwelchen Videos das Problem, dass ich mich nicht registrieren konnte und das Ganze irgendwie nicht gekla... Well, okay. Ich ertrinke gerade. Bisher war es immer so, ich bin auf einem Server gejoint, wollte mich registrieren mit Slash Register, Slash Login, das hat alles nie geklappt. Und jetzt noch mal eine ganz kurze Sache hier an alle Leute, die mir unter das letzte Video geschrieben haben, ey, du Lappen, du musst Slash Register machen, das war ja jedes Kind. Ey, komm, 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 ich hasse dich, du musst Slash Login. Freunde, ihr habt alle keine Ahnung, sorry, dass ich das jetzt so sage, aber ich hasse ja Menschen, die einen auf große Klappe im Internet machen, rumbeleidigen, meinen, sie seien die Allercoolsten und wissen alles und dann einfach nur Scheiße verzapfen, die gar nicht stimmt. Mir konnte wirklich nur eine Person weiterhelfen, das war TobiNator HD, ist, glaube ich, ein Fan von TobiNator, und er hat mir nämlich geschrieben, dass ich einen Namen besitze, der auf dem Server eventuell schon vorhanden ist. Deswegen habe ich meinen Namen geändert und konnte dann die ganzen Prozesse durchlaufen und dann hat es geklappt. Und er hat mir das Ganze freundlich und nicht geschrieben und die anderen sind jetzt alle blockiert. Tschüss. Deswegen sind wir jetzt hier gerade ingame und ich weiß jetzt allerdings auch nicht ganz genau, wo ich jetzt hier gerade hingelangt bin. Lobby. Ne, geht nicht. Wenn ich mal Slash Lobby mache, dann geht... Ah! Ich bin wieder in der Lobby. Auf diesem Server ist es möglich, dass ich irgendwie Hunger Games und sowas alles auch spielen kann. Da Minigames, genau, da laufe ich mal da lang. Bevor wir das allerdings jetzt gleich mal machen, muss ich noch eine kleine Sache schnell sagen. Die aufmerksamen Zuschauer von euch wissen nämlich, heute ist Freitag, der 17.06. Und wenn ihr das Video gerade seht, wenn es online geht, ist es vielleicht gerade kurz nach 5 oder so. Das heißt, dass gerade dieses Kissen und zwei neue T-Shirts im... Gelaunched sind. Und es gibt zu diesen Kissen und zu den T-Shirts, wenn ihr das bestellt, gibt es 1000 signierte Flyer und noch 50 Special Edition Flyer, die von beiden Seiten signiert sind. Also da habt ihr quasi eine doppelte Unterschrift. Deswegen, Freunde, weil ich so viele Kommentare immer bekomme dazu. Junge, Luca, man kommt schnell, wann denn hier? Es ist jetzt draußen, es ist der oberste Link in der Beschreibung. Seid schnell. Ich will hier gar nicht viel Werbung machen, aber bevor Leute ankommen, sagen, ich habe keinen Flyer bekommen, das war letztes Mal nämlich nach einer Stunde so. Deswegen sage ich es jetzt hier, hier habt ihr die Möglichkeit. Ich halte jetzt demnächst meine Schnauze, aber seid schnell. Und beschwert euch nicht, wenn ihr keinen Flyer mehr bekommt, weil die dann wahrscheinlich schon weg sind. Ich frage mich allerdings auch gerade, wieso ich so komische Teile an meinem Körper hier dran habe, die mich irgendwie an irgendwas festhalten. Aber gut, wir wollen ja irgendwas zocken. Deswegen schauen wir jetzt mal, was wir hier dann alles so machen können. Wir haben hier, has a million accounts registered. Das ist ja super cool. Was haben wir hier stehen? Hier ist Stuff, den man irgendwie den, der Admins und so. Hier sind Trading Rooms, Trading Rooms und noch mehr Trading Rooms. Soll überhaupt keine Werbung für den Server sein, allerdings war es jetzt der einzige, wo ich so richtig drauf joinen konnte. Hier vorne haben wir was, wo, äh, make sure you don't get stunk, äh, Interior Developer. Ich glaube, dass da vorne sind die Minigames, oder? Es ist halt wirklich so fucking schwierig hier rumzulaufen in diesem Spiel, Alter. Ich rutsche die ganze Zeit von irgendwelchen Sachen hier ab, so more coming soon. Was haben wir? Das sieht, das sieht nach Minigames aus. Ich hab grad die Steuerung rumgestellt. Schaut euch das an. Ich bin jetzt ein, oh, ich hab immer noch diese komischen Teile hier an meinem Körper kleben. Hallo? Äh, ist alles noch da? Ob ihr es mir glaubt oder nicht, aber ich wollte gerade auf so ein Minigame joinen und auf einmal stürzt Minecraft ab. Was ist dieses Pocket Edition für eine Scheiße? Und dann hab ich wieder alles neu gestartet, Aufnahmen etc. und dann wollte ich gucken, ob ich bei PvP Raid in so ein Teleport-Dings reingehen kann zu einem anderen Match, dann stützt Minecraft wieder ab. Also an alle Pocket Edition zockern unter euch, warum spiele ich diesen Scheiß? Das stützt dauernd ab. Guckt euch allein mal das hier an. Ich laufe nach hier vorne und bin jetzt hier in diesem Warp-Bereich. Und wenn ich jetzt, ich sag... Warum? Warum? Es ist, es ist einfach fucking abgestürzt. Es ist einfach abgestürzt. Ich zeig euch das jetzt mal hier, ne? Ich befinde mich auf dem Server, laufe nur in diesen Bereichen. Es stürzt ab. Fuck! Ich hab nichts getan. An alle liebe Hater da draußen, bitte. Oh, wenn ich einen Kommentar lese. Oh, Luca, du hättest... Du hättest diesmal... Was? Wahrscheinlich liegt es an meinem Handy, oder? Das ist ein brandneues iPhone 6s. Das ist die neueste Version Minecraft Pocket Edition. Mojang, Hater, wenn ihr das seht. Wollt ihr mich verarschen? So ein Scheiß, Mann, das ist doch nicht wahr. Ich krieg die Krise mit diesem Kack hier, Alter. Dann kaufe ich mir Minecraft Pocket Edition für 5 Euro oder 40 Millionen Euro im App Store. Die Kacke geht nicht. Mann, wir zahlen doch kein Geld dafür. Das ist immer Abstütz auf jedem scheiß Server. 150.000er Leitung Internet. iPhone 6s, das neueste, was Apple auf dem Markt hat. Die neueste Version Minecraft Pocket Edition. Und ich mach alles richtig, laufe da nur in der Kacke ab. Sorry, ne? Ich hätt ultra gerne Online Minecraft Pocket Edition gespielt, weil ich das noch nie gemacht hab. Übrigens, schaut mal, mein Handy heißt hinten Luca. Ich hab das noch nie gemacht und es wär ultra cool gewesen, so ein bisschen am Freitag jetzt mal nicht nur ganz normal Minecraft zu zocken, sondern online auf dem Handy zu zocken. Aber es geht nicht. Ach, ich heule fast gerade. Ich hab die Tränen schon in den Augen. Ja, keine Ahnung, was bleibt mir dazu übrig zu sagen. Das Video war jetzt einfach, wie ich über den Server gelaufen bin und ein bisschen gesagt hab, dass das Kissen jetzt in dem Shop ist und es ist wahrscheinlich schon ausverkauft. Also braucht ihr eigentlich gar nicht mehr im Shop vorbeischauen. Und dann will ich einfach auf einen Server joinen und da zocken und dann geht's einfach nicht, weil es einfach... Minecraft kann's nicht gewährleisten, dass ich irgendwie allein in so einen Raum reingehe und das funktioniert einfach nicht. Das ist das. Das kann auch alles irgendwie nicht wahr sein. Deswegen würde ich das Video jetzt an dieser Stelle beenden. Freunde, liebe Hater, liebe Besserwisser, schreibt mir in die Kommentare, was ich diesmal falsch gemacht habe. Wahrscheinlich muss man irgendwie sneaken, um in die Area zu kommen. Und sonst sehen wir uns in dem nächsten Video wieder. Ich will gar nicht sagen, lasst einen Daumen hoch da, lasst eine Bewertung da, wie ihr es wollt. Ich meine, es ist mir eh scheißegal. Sorry, ich bin ein bisschen aggressiv gerade. Ich meine, nochmal zusammengefasst, bei allem Respekt, ne. Ich lad mir diese App runter. Ich kaufe diese App. Ich informiere mich darüber, wie ich auf einem Server spielen kann. Und auf drei verschiedenen Servern geht's nicht. Das kann nicht mehr an mir liegen. Wir sehen uns morgen in dem nächsten Video wieder. Video morgen wird übrigens sehr cool. Also, wirklich.